Hallo Leute, herzlich willkommen. Aaron Steinköller mein Name. Ich bin hier mit meinen Freunden Udo, Ralf, Toni, meinem Bruder Stefan. Wir sind im Network Marketing tätig, also ich kann im Network Marketing meinen Freundeskreis und mein Geschäft verbinden und das ist einer der Gründe, der dieses Geschäft so aufblühend macht und so positiv. Und wir haben in Network Marketing eine tolle Sache mit Ihnen zu teilen, mit euch zu teilen, die euch einen Schritt weiterbringen soll in die Richtung finanzielle Freiheit, finanzielle Unabhängigkeit. Und da möchte ich jetzt das Wort weitergeben an einen meiner Freunde, dass er euch den Weg zeigt, wie wir angefangen haben und wohin die Reise gehen kann. Bitte, Ralf. Ja, mein Name ist Ralf, ich bin aus Deutschland. Ich freue mich, dass ich hier aus Sofia zu euch sprechen kann. OneLife ist ein so tolles Team und ich kann euch nur herzlich einladen, einen Teil davon zu werden. Worum geht es eigentlich? Warum bin ich so begeistert? Es gibt eine Situation, die ist der Finanzkrise geschuldet, 2009. Wie es immer ist, gibt zwei Seiten der Medaille. Damals haben viele, viele Menschen Kopf und Kragen verloren. Aber wenn man es wieder positiv sieht und nimmt die andere Seite, dann ist daraus auch eine riesen, riesen Chance entstanden, weil die Banken ihren Job nicht gemacht haben und damals das Vertrauen in Banken und Versicherungen so schlecht, also aus heutiger Sicht so schlecht ist wie noch nie, ist eine Chance entstanden mit der Idee, dass sich Menschen Geld austauschen können ohne dieses Bankensystem und das mit einer Hochtechnologie und das auf einfachste Art und Weise mit diesem Team. Ich lasse einfach mal meinen Freund Toni weitersprechen. Ja Leute, mein Name Toni, ich komme aus Südtirol, Italien. Meine Botschaft an euch, das hier ist natürlich ein Thema, was für alle wichtig ist da draußen und auch ein Thema, das für viele, viele von euch das Leben komplett verändern kann, wie es für uns auch schon passiert ist und deswegen solltet ihr unbedingt euch diese Detailinformationen holen, damit ihr mal versteht, worum geht es da, weil das wird in Zukunft sehr, sehr wichtig sein für alle, weil das wird sowieso kommen und eine Chance, die muss man natürlich frühzeitig erkennen, wenn ich die zu einem Zeitpunkt erkenne und die Masse das noch nicht hat, dann kann ich ganz stark davon profitieren und genau die Dinge, die wünsche ich euch und diese Informationen könnt ihr natürlich haben. Deswegen gebe ich mein Wort weiter an meinem Freund Udo. Danke Toni. Mein Name ist Udo Deppisch und auch hier aus Sofia, der größte Vorteil, warum ich Network Marketing sehr gerne mache, ist ganz einfach, du machst Business mit Freunden. Es ist unmöglich, ein Geschäft hier zu machen, wenn du nicht Freunde aus dem Geschäft und die Freunde machen einfach den Spaß daran und ich mache das seit 27 Jahren und ich habe eines festgestellt, seit 27 Jahren habe ich aufgehört zum Arbeiten, ich genieße das Leben, auch wenn man viel unterwegs ist, wenn man viele Leute kennenlernt, aber das ist Network Marketing. Auch hier, was Toni sagt, ist ganz, ganz wichtig. Eine Möglichkeit, die entstanden ist, die müssen wir ganz am Anfang nutzen. Wir stehen jetzt hier ganz, ganz am Anfang. Es gibt viele Dinge, die sind auf den Markt gekommen. Am Anfang mit dabei zu sein, ist immer der wichtigste Punkt. Was hier einfach auch eine ganz tolle Geschichte ist, die Sachen, die wir hier von OneLife mit anbieten, das ist was, was jeder braucht, was jeder haben möchte, was jeder haben will und das ist was, wo jeder gerne darüber spricht und das ist eigentlich der größte Vorteil in Network Marketing, wenn du was hast, was jeder wirklich will. Also nicht nur, was jeder sagt, ich brauche das oder was auch immer. Nein, ich will das haben und ich will es haben. Es ist einfach gigantisch genial und was wir hier aufgebaut haben die letzten zwei Jahre, auch hier im ganzen Team, alle Leute mit zusammen, es ist gigantisch und es ist erst der Anfang. Es ist wirklich erst der Anfang. Wir reden hier von der, wie sagt man, nennen wir mal die Spitze des Eisberges. Ich bin da einfach, einfach begeistert. Es wird gigantisch. Es wird alles sprengen, was man sich vorstellen kann. Ich vergleiche das zum Beispiel früher, ganz, ganz früher. Wer kennt Skype, die Anfänger von Skype? Mhm. Jeder hat darüber gelacht, die Telefongesellschaften haben es blockiert, keiner hat das akzeptiert. Und was ist heute? Könnten wir, ganz ehrlich, könnten wir heute ohne Skype leben? Jeder will es haben, richtig? Jeder will es haben. Und genau das ist das Ding, was wir machen und das zusammen mit One Life im super Team, das was wir machen. Weiter noch zu dem Bruder, der hier mit dabei ist. Stefan. Dankeschön Udo. Mein Name ist Stefan, der Bruder von Aaron und wir haben noch einen dritten Bruder, der ist momentan in Südamerika. Und ich möchte ganz kurz darüber sprechen, dass eigentlich mit One Life dir keine Barrieren, dir keine Limits und keine Grenzen gesetzt sind. Wie klingt das? Wie klingt das für dich? Du kannst arbeiten, du kannst, ich sage mal so, ich vergleiche es immer mit einem Satz, denke global, aber arbeite regional. Aber dadurch, dass du ein Team aufbaust und dein Team wächst, kannst auch du wachsen und zwar über deine eigenen Grenzen von einem Land hinaus wachsen. Und noch vielleicht zu dem, was Ralf gesagt hat, das hat mir sehr gut gefallen. Ich möchte da noch dazu fügen, dass man eigentlich mit One Life nicht nur die Grenzen, ich sage mal so, verlassen kann, sondern auch in diese Richtung gehen, wo eigentlich die neue Technologie hingeht, ob wir es wollen oder nicht. Aber alles soll immer schneller gehen. Alles muss immer schneller gehen. Technologie, ob wir wollen oder nicht, das ist, wo sich der Trend hinbewegt. Und in dem Moment mit One Life sind wir genau auf dieser Bahn. Ja, und ich möchte dich noch mal daran appellieren, denke an deine Familie, an deine Generationen, die dir folgen. Du hast die außergewöhnliche Gelegenheit und Chance, davon jetzt zu hören und bist praktisch ein Mitpionier. Es geht nicht darum, dass du was neu erfinden musst oder dass du etwas machen musst, das dir nicht gefällt. Nein, es ist eine Reise, auf die du genommen wirst, wo du von Profis betreut wirst, Schritt für Schritt nach oben gearbeitet wirst, durch deinen eigenen Einsatz und durch deinen eigenen Willen, dich zu verändern. Und denke noch an, wirklich daran, an die Generationen deiner Kinder, die daraus profitieren können, was wir hier zusammen aufstellen und zusammen machen. Denn die Kette ist nur so stark wie das schwächste Glied. Und darum sind wir im Network Marketing und speziell in unserem One Life Team darauf aus, die Leute richtig zu informieren, damit das eine langfristige, eine langfristige Lösung werden kann für alle. Ja, diese Tage sind wir hier in Sofia, Bulgarien, dem Headquarter von One Life und OneCoin. Und wir sind hier über die Expansion zu sprechen, speziell des Networks, vor allem auch im deutschsprachigen Raum. Und ich glaube, Ralf hat noch was dazu zu sagen zur sogenannten Digitalisierung. Richtig, Ralf? Ja, ich sage mal, das ist das Stichwort. Wir sitzen hier von der Digitalkamera. Früher hätte einer gesessen und hätte so einen Leierkasten gedreht. Und wer hätte vor 20 Jahren gedacht, dass man mit so einem Telefon ohne Strippe telefonieren kann, kann Fotos machen, verschickt die über soziale Medien und so weiter und so fort. Also was will ich sagen? Digitalisierung ist sowieso in unserem Leben seit Jahren. Wir konnten uns nicht vorstellen, heute ist es für uns normal und können uns nicht mehr vorstellen, dass wir es nicht mehr haben. Und das Gleiche findet in der Finanzwelt statt. Ich habe es vorhin gesagt, die Menschen können sich Geld austauschen ohne das Bankensystem. Ich will es mal als krank bezeichnen. Und diese Digitalisierung in der Finanzwelt, das ist jetzt das Zeitalter, das ich bezeichne als eine historische Chance. Und das können wir alle zusammen nutzen, auf sehr einfache Art und Weise an diesem, an dieser historischen Entwicklung teilhaben zu können. Da kann ich nur jeden einladen, weil es ist sehr, sehr einfach und mega spannend. Und ich glaube, unsere Kinder werden sagen, unsere Eltern haben die Chance gehabt, wir werden sie nie wieder haben, weil aus deren Sicht es dann wiederum ganz normal ist, wie das für uns heute normal ist. Ja, ich gebe mal an Udo weiter. Bei dem Thema Kinder, da kommst du genau auf den Punkt, dass ich sage, wir haben fünf Kinder. Und das ist eigentlich schon der Punkt dabei, wenn wir mal zurückdenken, wie viele Dinge haben für uns als Kinder unmöglich erscheinen, sind heute normal. Ich denke mal daran, wenn wir früher mit unseren Eltern irgendwo hingefahren sind, wenn wir nur 40 Kilometer gefahren sind von einer Stadt in der anderen, war das für unsere Weltreise. Heute fliegen wir so. Die Welt wird immer kleiner, die Welt kommt immer mehr und mehr zusammen. Und das ist der große Vorteil an One Life und warum wir hier gerade jetzt hier in Sofia sind. Ich habe das in 27 Jahren noch nie erlebt, dass eine Firma in diesem Team zusammenarbeitet. Wie du gerade so schön sagtest, wir fangen lokal an, wir fangen an, hier unsere Teams aufzubauen und dann gehen wir in die ganze Welt raus und in der ganzen Welt haben wir unsere Teams, haben wir unseren Support und das ist einfach das Gigantische an diesem Geschäft, was wir hier machen. Du kannst es überall auf der Welt machen. Du kannst, egal wo du hingehst, hast du die Möglichkeit zu sagen, let's do it. Und du musst einfach nur über ein paar Dinge hinwegdenken. Du redest über Digitalisierung. Erinnert ihr euch noch an Videotheken? Die gab es doch irgendwann, weil es war irgendwann der Superbum. Wann haben wir die letzte Videothek gesehen? Was gibt es heute? Alles nur noch digital. Wir gingen früher noch, ich bin schon ein bisschen älter, der älterste hier in der Runde, by the way, und ich ging noch in Schallplattenläden. Also Schallplattenläden, da hießen die Musik, die Schallplatten, so richtige schwarze Dinge. Heute machst du alles über iTunes, du kaufst Dinge, das ist alles digital. Und das ist einfach der Schritt, wo wir jetzt folgen und der Schritt in Zusammenarbeit mit One Life, das ist gigantisch. Also auch da bin ich mir sicher, Toni kann ich noch mal was dazu sagen und nicht nur in Deutschland, in ganz Europa und auf der ganzen Welt. Da sind wir zu Hause und das ist auch euer Zuhause. Was denkst du, Toni? Genau, das ist der Punkt, das ist der Punkt. Und wenn du dich jetzt fragst, kann ich das auch? Dann ist die klare Antwort ja. Das kann jeder. Das können nicht nur wir. Nein, es muss so einfach sein, dass es ihr da draußen genauso nutzen könnt, weil es hat nur eine Kraft, wenn es alle nutzen. Deswegen, das ist eine Riesen-Community, die was wir bis jetzt schon geschaffen haben und ich hoffe, ihr kommt dazu, zu dieser Community. Dementsprechend holt euch einfach diese Informationen, die ihr hier noch braucht. Ihr werdet sehen, das ganze Thema ist wirklich sehr wichtig, auch für euch in Zukunft und deswegen freue ich mich, mit euch zusammen diese Reise zu gehen. Also One Life, One Coin